Notlassen von Erwartungen Kaum einer kann von sich behaupten, wirklich frei von Erwartungen zu sein. Wir möchten jeden einzelnen Tag bestimmte Ergebnisse erreichen, sei es nur die Erledigung einer kleinen Aufgabe oder die Verwirklichung unserer höchsten Ziele. Schaffen wir das nicht, sind wir unzufrieden mit uns. Die Erwartungen, die unsere Familie, unsere Freunde oder unser Job an uns stellen, vernebeln auf die Entscheidungen, die wir treffen und halten uns in Situationen fest, die uns nicht gut tun. Erwartungen führen zusätzlich zu Angst und Depressionen. Sie können uns davon abhalten, dass wir von unserem höchsten Potenzial durch unser Leben gefüllt werden. In dieser Gruppe Heilung hilft Karin uns, von Erwartungen Lohn zu lassen. Sie bringt uns in einen Zustand der Neutralität, die das Reich aller Möglichkeit ist. Es ist dieser neutrale Zustand, durch den wir befreien werden, durch den wir mühelos in die Erfüllung gehen können und das geht weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Durch diese Heilung werden wir lernen, jeden Augenblick zu umarmen, ohne an Bedingungen gebunden zu sein. Alle Erfahrungen, auch die unangenehmen, ohne Urteile zu genießen und ohne den unähnlichen Möglichkeiten zu öffnen, die auf uns warten. In dieser Gruppe Heilung, auch die unangenehmen, ohne an Bedingungen, ohne an Bedingungen, ohne an Bedingungen zu öffnen, In dieser Gruppe Heilung istones, eine Schifffabe au Amen. Untertitelung des ZDF, 2020